Hi Komm sterbe Au Delfin Au Delfin macht Schaden Hi Leute herzlich willkommen zur nächsten Folge und ich joine und ja ich bin ja das letzte Mal gestorben Ich versuche die Sachen jetzt wieder zu holen, da ich jetzt gleich im Nachhinein aufnehme Es wird aber etwas schwierig werden weil ich muss erstmal dahin gelangen Wie weit ist das weg? Okay so arg weit ist das ja nicht weg Ich will auch nicht so arg viel rennen sonst verliere ich zu viel Hunger Ich bin ja jetzt gleich da So und da bin ich So und jetzt habe ich alles wieder So Blue Fish Egg Okay Wum hat er gleich zwei Death Points gemacht Ein Hai Nee Ich glaube ich weiß was man damit machen kann mal So Ah komm sterbe Schade der droppt nichts Okay Haie sind gefährlich Aber sie droppen etwas Kann ich mal kurz heimlaufen Okay 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 Den Zeppling setze ich jetzt mal hier hin Und ich gehe jetzt mal Farmen Guck mal hier Und ich versuche das jetzt mal hier Rechtsklick zu machen Ne geht nicht Aber die droppen wenigstens Leder Oh Schlange Hi Okay Komm sterbe Oh Delfin Oh Delfin macht Schaden Okay Wieder gestorben Macht's gut Macht's gut für die Folge Ciao Ciao Und ich gehe jetzt mal hier Und ich gehe jetzt mal hier